Das ist die Fahrschule, in der wir uns jetzt gleich reinbegeben werden und den kompletten Part damit verbringen werden. Mr. Molzer, leistet euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto San Andreas. Macht schon mal einen schönen Eindruck hier, um die ganzen Karren zu sehen. Slam-Van, Hustler, Felser und Windsor. Hier hinten geht's raus. Ach, guck mal hier. Wer ist denn das? Du musst mehr essen, wenn du bei dieser Lady ankommen willst, zu dirres Gestell. Okay, das ist Michelle. Aber das soll uns erstmal nicht kümmern. Wenn wir die Austern haben, holen wir uns die ganzen Freundinnen schon. Da mache ich mir keine Sorgen. Jetzt heißt es Back to School. Okay. Dann, äh, lass uns mal angehen. Ne, wa? So, wir haben... Der Fernseher sieht gut aus. Gut, der 360er. Erreiche 70% oder mehr, um zu bestehen. Wir versuchen natürlich gleich alles auf Gold zu haben. Das ist noch eines der einfacheren Sorte. So, noch haben wir es nicht geschafft. Erstmal ist es Silber. Wir gehen zurück und machen es gleich nochmal. Ich glaube, der Trick war darin, du brauchst halt einfach lediglich nur so lange zu machen, bis... Ja, perfekt. Nee, können wir direkt verlassen. Da haben wir schon die 100% erreicht. Jetzt gibt es den 180er. Hier sehen wir, wie wir es machen sollen. Einmal ein Turn und dann wieder zurück. Gut, ich werde andersrum anfahren. Es ist egal, wie du die ganze Sache anfährst. Okay, machen wir gleich nochmal. Okay. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch... ...den Stopphut gut hinkriegen. Äh, es war ein bisschen zu kurz. 99% Nochmal. Hier braucht man schon eine gewisse Ausdauer. Wenn man alles haben will. Oder man ist direkt sehr gut. Man kann alles direkt... Perfekt einsehen. Haben wir auch geschafft. 180er. Kontrollierte Schleudern. Bedingen wir uns gegen. Ohne Zeiger sind, ne? Eine Powerslide um die Kurve. Ah, hätte ich das Ding nicht gerammt. Dann wäre es wahrscheinlich was gewesen. So, nur... ...76% und dementsprechend auch die Bronze-Medaille. Cha-ching! Im Second Try. Reifenplatzer. Fahre zum Ende der Strecke. Auf halbem Weg wird ein Reifen platzen. Um mehr Kontrolle über das Fahrzeug... ...zubekommen, geh vom Gas. So. Yes! Direkt 100% im First Try. Drei Runden Vollgas. Gut, das haben sie vereinfacht. In der Original-Version sind es nämlich 5 Runden. Die fahren, während wir am Uhrzeigersinn fahren. Jetzt weiß ich nicht die Zeit, die wir erreichen müssen. Bei 5 Runden waren es 40 Sekunden. Wie wird es hier sein? Okay, hätten wir das Ding nicht gerammt. Kriegen aber trotzdem 100%, obwohl wir die eine Pylone mitgenommen haben. Gesamtzeit 20 Sekunden. Ich beschwere mich nicht. Okay. So, einmal den Pylonen-Slalom hin. Powerslide und zurück. Da machen wir wieder im Gegendem Uhrzeigersinn. So. Oh ja. Den hatte ich auch mal im First Try oder im Second Try mal geschafft. Auf der PS2, den 90er. Ja, fast. Die Endposition war noch nicht ganz korrekt. Aber trotzdem werden wir das nochmal versuchen. Nope. Direkt schon falsch angefahren. Nee. War schon fast richtig. Wir hatten auf jeden Fall 70% schon erreicht. Bisschen zu weit vor. Na. Ich glaube, ich sollte lediglich nur mit dem Powerslide hängen gehen, ne? So ungefähr. Endrichtung hat gestimmt. Ich muss jetzt nur noch ein bisschen weiter reinfahren. Das war auch schon wieder falsch. Nein. Aber wie werden wir das heute noch schaffen? Direkt falsch. Total falsch angefahren. Die Bremse viel zu früh gehabt. Viel zu früh auf der Bremse. Das gefällt mir alles gar nicht. Wenn die Karosserie nicht so hüpfen würde. Das irritiert mich voll. So. Ich habe meinen Rekord auf jeden Fall verbessert. Habe ich gerade gesehen. Ich hätte auch gerne die Goldmedaille dafür. Ja. Jetzt ist der Schaden da gewesen. Perfekt. Fragt mich nicht wie, aber jetzt habe ich es endlich hingekriegt. Ha 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 ha. Wunderbar. Wheelies-Lalom. Gut. Halt den Wagen bis Ende der Strecke auf zwei Reifen. Das wird... ...keine so einfache Sache sein. Hätte jetzt nur noch die Endrichtung gestimmt. Dann wäre ich sehr zufrieden gewesen. Bisschen zu weit. Bisschen zu weit vor. Ups. Habe ich die Rampe vergessen mitzunehmen. Perfekt. Den Wheelies-Lalom haben wir fertig. Jetzt kommt die Schleuderwende. Einmal gegen den Uhrzeigersinn. Schauen wir uns das mal an. Okay, das war zu... ...zu lasch. Das Auto hat Vorderradantrieb. Fahrrückwärts und dreht die schnell um 180 Grad. Ich glaube, das war wieder viel zu früh. Ja, wäre der Schaden nicht gewesen. Probe ich mal es nochmal. Scheiße. Ich nehm viel zu viel mit. Komm schon her. Das war auch falsch. Ich glaube, ich lenke auch viel zu früh ein, ne? Ich lenke viel zu früh ein. Hier ist ja mächtig Platz. Okay. Kann man direkt vergessen. Ich muss nur ein Pille und Streifen. Dann schickt er mir den Schaden nicht drauf. Aber wenn ich die gleich umsehe, wie so ein Berserker, da kann ich das Ding direkt neu starten. Ja, ich packe auch direkt zwei mit. Da bin ich wieder viel zu früh nach links abgedriftet. So. Jetzt. 99 Prozent. Ich war noch ein bisschen zu kurz. Komm schon. Perfekt. So, jetzt langsam ran. Jetzt haben wir es geschafft. Wunderbar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, noch die drittletzte Veranstaltung, beziehungsweise die drittletzte Herausforderung, ist das Abdrängmanöver. Bring das andere Auto ins Schleudern, ohne dass du größeren Schaden nimmst. Komm so nah wie möglich am anderen Auto zum Stehen. Gut, dann werden wir... Äh... Fast. Wir waren schon mal dran. Ah, nee. Ja, jetzt hätte ich noch näher am Auto sein müssen. Ging schon gut. Aber es geht noch immer... immer noch besser. Ich probiere es mal von der anderen Seite. Ich muss erst mal auf gleiche Höhe mit dem, quasi. So, jetzt. Ach, Mensch. Ich kriege das doch hin. Ich habe das doch im Let's Play auch schon gezeigt. Perfekt. Auch hier die Goldmedaille so. Allez hopp. Das war dieser... Oh, no, man. Stimmt, der Scheiß war es. Einmal... Da werden wir lang dran sitzen. Oh, 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 oh. Verführe eine perfekte Landung nach einer Fassrolle. Die Fassrolle klappt, nur es ist die Landung, die mir einen Strich durch die Rechnung macht. Das heißt, ich muss die auch wieder perfekt anfahren. Mit allem möglichen Zeugs. 100% Schaden. Genau. So. Ja, hätte die Endrichtung noch gestimmt. Vollstoff durch die City machen wir ganz zum Schluss. Mal gucken wir uns gleich die Route aus. die wir dann fahren werden. Perfekt! Dass uns das direkt geglückt ist. Wunderbar. Vollstoff durch die City. Noch machen wir es nicht. Ziel ist es, unter 120 Sekunden zu bleiben. Und die Goldmedaille kriegst du, wenn du unter 90 oder 95 Sekunden bleibst. Eins von beiden. Wir probieren es jetzt einfach mal. Wir probieren es jetzt einfach mal. Das ist schon knapp. Hier ist es auch volle Konzentration. Ich fahr mal... ...ne andere Route. Ach, komm. So, tut, 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 nix. Ne, jetzt wird das nix. Obwohl, Schaden hat er nicht drauf gerechnet. Naja, scheiß drauf. Ich probiere es jetzt einfach mal mit meiner Standardroute. Mit der ich eigentlich... ...die immer ganz gut abgeschlossen habe. Einmal in den Weg hin. Und einmal zurück. So. Hier können wir schon noch die Gleise fahren. Das ist der Vorteil. Bei Vollstoff durch die City, wenn wir hier durch Dordi fahren. Huiuiui. Jetzt war... ...am Rande, da ist erlaubt. Das... ...Ski an der Grenze. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir biegen hier direkt links ab. Beziehungsweise wir biegen direkt rechts ab. Links würden wir ja auf die Brücke... ...hinkommen, aber die haben wir noch nicht frei. Die... ...Las Venturas in Tierra-Rubada und Blaine-County-Insel. Ach. Wie hieß die nochmal? Red County? Flint County? Keine Ahnung, wie die hieß. Ich sag jetzt einfach mal Blaine-County. Vielleicht liege ich sogar richtig. Es kann sein, dass ich sogar richtig liege. Bone County. Nah dran. Wie gesagt, wir fahren jetzt rechts. Dann die zweite links. Und dann sind wir direkt unten. Dann... ...drehen wir einmal. Oh, come on. Ich bin ja überhaupt kein Fan vom Super GT. So, langsam. Langsam, aber sicher. Ist hier viel Verkehr. Gut. Und jetzt... Vollgas. Denselben Weg zurück, wie wir hergekommen sind. Das hat mir jetzt das Ergebnis eh gekostet. Die Goldmedaille. Ich versuche direkt... ...die Goldmedaille mitzunehmen. Ich gucke mal, vielleicht fahre ich dann doch noch ein bisschen anders. Vielleicht eine früher nach rechts und dann hier rauf. Okay. Ich habe immer mal die Karte mit im Auge. Ich habe immer mal die Karte mit im Auge. Ah, war eine zu früh. Da wollte ich wieder... ...zu früh abbiegen. Okay, hier machen wir es. Boah, wie langsam ich durch die Kurve... ...wie langsam ich das Auto durch die Kurve trage. Das hat sehr viel Zeit gekostet. So, ich muss jetzt drauf hoffen. Warn... Ich halte immer nach dem Schaden an. ...kollege! Mann! Musstest du ja jetzt abbiegen! Ich mache die Scheiße sowieso am liebsten am Tag, aber... ...gut, da können wir jetzt nichts dran machen. Wir müssen es einfach immer weiter probieren, bis es klappt. Ich fahre wieder meine klassische Route. Mal schauen. Wenn ich auch eine Minute 40 brauche, sollte er mir die Goldpedal ja eigentlich anrechnen. Ich gehe auch nicht mit der Handbremse. Ich mache das quasi in Ruhe und sehr bedacht. Das darf mir keinen Schaden genommen haben. Einmal Turn. Und weiter geht's. Jetzt geht es wieder hier hoch. Das Auto sieht auf jeden Fall noch heiler aus. Und hier runter wird jetzt einfach nur noch Knallgas geben. Schön auf den Begrenzungsstreifen fahren. Gleich kommen ja dort eh die Gleise. Genau. So, Verkehr, spiel bitte mit. Spiel bitte mit. Spiel bitte mit. Yes! Wir haben's geschafft! Wir haben die Fahrschule auf Gold! Wir haben die Fahrschule auf Gold absolviert. Und wir kriegen eine Silbertrophäe mit Abschluss. Wir mussten eine Fahrschule absolvieren. Sei es jetzt hier die Fahrschule. Die Motorradschule, die Bootsfahrschule oder auch die Flugschule. Das werden wir alles noch machen. Aber erstmal war es wichtig, die Fahrschule absolviert zu haben. Ist nämlich auch eine relevante Story-Mission gewesen. Das müsste Caesar sein, ne? Nee. Die Fahrschule kommt gut, Mann. Aber ich habe etwas anderes gesprochen. Es gibt ein unofficiales Street-Racing-Club in San Fierro. Unofficiales, als in illegales, oder? Ich weiß nicht, was du sprachst, Mann. Auf jeden Fall, sie treffen sich um die Fahrschule in einem Ort. Ich dachte, du könntest, du ja, gerne wissen. Danke, Jethro. Ich denke, und ich schaufe an dich. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt haben wir höchstwahrscheinlich auch die Rennen freigeschaltet. Genau, jetzt können wir auch in Los Santos die Street-Races absolvieren. Das machen wir aber nicht jetzt. Wenn wir in Los Santos drin sind, dann können wir vielleicht gucken, dass wir so ein bisschen was machen. Ich schaue euch eben nochmal kurz die Belohnungen, wenn man die Fahrschule auf Gold absolviert hat. Und wenn man in allen Tests die Bronze-Medaille geholt hat, hat man den Super-GT freigeschaltet. Hast du die Silber-Medaille, kriegst du diesen schicken Bullet hier. Und wenn du die Gold-Medaille freigeschaltet hast, wenn du die Gold-Medaille in allen Tests absolviert hast, kriegst du nicht nur die beiden, sondern auch den hier. Den Hot-Knife. Und damit beende ich erstmal die Episode mit dem nächsten Part. Machen wir wieder ganz normal mit Missionen weiter. Mr. Wildstyle sagt Tschüss, See y'all und bis zum nächsten. Bis zum nächsten Mal.